Im 10-Kilometer-Sprint der Herren triumphierte der Russe Sergej Tchepikov. Es war die 10. Goldmedaille für Russland. Silber gewann Riko Graus aus Rupolding, wie schon 1992 in Alperwil. Und Bronze ging an Sergej Tarasov, ebenfalls aus Russland. Der National Anthem Limm National de Russie. Sergej Tchepikov gewinnt seine 2. Goldmedaille für den Olympischen Spielen. 88 gewann er Gold mit der Staffel.